Also war ja am Ende doch nur ne Fälschung. Was meinst du mit doch? Nur keine Panik, die Kavalerie ist da! Dr. Eggman, nehm ich mal an! Was geht hier vor? Wie jetzt? Du wusstest die ganze Zeit, dass ich es bin, oder? Gehört alles zum Berufsbild eines Meisterdetektivs! Wurden wir so leicht getäuscht? Du bist das Letzte! Hey, immer sachte Jungs. Ich habe nicht vor, euch übers Ohr zu hauen und bezahlt werdet ihr auch. Ihr werdet für eure Hilfe großzügig belohnt. Sobald ich die Welt erobert habe, seht ihr euer Geld. Du hast Nerven! Versprich, was du nicht halten kannst! Betrüger! Nein, jetzt wartet doch mal ne Minute! Hört mir zu! Nimm das, du böser Mann! BABBA! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017